In diese Kiste kommt jetzt was rein. So, also. Wir fangen an mit unseren Waffen. Die Mine kommt rein. Die... Die Mine kommt rein. Die Johnny Gun. 40er Munition. 44er? 44er. Die Johnny Gun kommt auch rein. Die dicke Kanone kommt auch rein. So, das Teil, das würde ich ja gerne behalten. Aber ich kann, also ich muss irgendwie noch viel, viel, viel mehr ablegen, damit das irgendwie alles wirklich gut funktioniert. Ich könnte einfach mal alles ablegen und dann schauen, was ich wirklich brauche. Das wäre doch was. Ne, das lasse ich jetzt erstmal so. Gehe zurück zu Moira. Schau mal, dass ich ein bisschen was bei ihr verkaufen kann. So, Jungs, aus dem Weg. Marvus Zockus hat keine Zeit. Hat hier schon eine Dreiviertelstunde nur durch den Wandersimulator verloren. Ne, falsche Seite. Das Spiel geht in die Annalen ein. Also heute seid ihr doch ein bisschen rektal fixiert, glaube ich. Also, Helmetons Schlupfwinkel, da kommen wir schnell wieder hin. Auf nach Megaton. Das mit dem Housing hörte sich auch sehr interessant an bei der Präsentation von Fallout 4. Man sollte sogar einen eigenen Laden aufmachen können. Ja, es gibt sogar für Fallout 3 eine Mod. Ja? Ja, wirklich. Eine Mod, womit man, ähm, auch selber Sachen bauen kann. Aber da habe ich von abgesehen, die noch mit reinzunehmen. Man hat in Fallout 3 so schon genug zu tun. Und das andere integriert sich dann einfach besser in die Story. Moira! Ist es Ihnen gelungen, herauszufinden? Nein, in Revitivity war ich noch nicht. Hören Sie sich doch... Ja, ich höre mich um. So. Schauen Sie ruhig. Ich möchte dir was verkaufen. 353, 335 hat sie. So, was verkaufe ich hier dann? Ich verkaufe hier ganz viel von meinem Zeug, was ich hier habe. Amphetamine. Stimulation, reparieren plus 15, Wissenschaft. Behalte ich. Aspirin, Schadensresolution plus 5, Pass. Behalte ich auch. Blamco, Mac and Cheese. Und raus. Blutpaket, behalte ich. Buff Out, behalte ich auch. Zigaretten, kommt weg. Cram, kommt auch weg. Daddy Boy Apples, kommt auch weg. Der kommt auch weg. Diazepam. Sedation, nein, brauche ich nicht. Dreckiges Wasser, behalte ich. Instant Kartoffelpüree, kommt auch weg. Das Jet, kommt auch weg. Mentats, Wahrnehmung und Intelligenz plus 5. Was bringt mir denn die Intelligenz plus 5? So, Morphium, das behalte ich nochmal. Multivitaminpillen sind auch nicht schlecht. Die ganzen Zigaretten kommen weg. Pork and Beans, habe ich vorhin eingesammelt, kommt auch weg. Psycho kommt auch weg. Sauberes Water, Wasser. Das Buff Food bleibt auch hier. Das Saysbury's Day, kommen alle weg. Stealth Boy will ich eigentlich noch behalten, die brauche ich vielleicht noch. Euphorie kommt auch weg. Das Heilpulver. Teufelseier können auch weg. Und der Whisky kann auch weg. So, kann ich hier nicht noch mehr rausschmeißen? Die Bücher tue ich dann in eine andere Box. Dann passt das. Sonstiges. Ein Ohr eines Ebers. Detergentboxen. Cherry Bomb. Da ist die leere Nucca-Cola-Flasche. Eine Batterie. Hier, die Floater-Teile. Die Haut des goldenen Gekos. Die Mundharmonika. Die Lunchbox. Monströsen-Hunde-Zähne. Vor Kriegsgeld. Ups, was war jetzt? Ist egal, das war bestimmt nicht wichtig. Repair-Parts behalte ich. Das behalte ich auch. Terpentin, das kann weg. Superkleber auch. So, das sieht schon gut aus. Fangen wir wie immer mit dem gleichen an. Wir holen uns... Was ist das? Achso, das ist unser Rucksack, den wir haben. Sie hat auf jeden Fall keine Stimpacks dabei. Dann brauche ich Munition. Was für Munition brauche ich vor allem? Munition wiegt ja nichts. Das ist ja das Gute. Da kann ich so viel von tragen, dass ich das gar nicht wegbringen muss. So, Shotgun-Shell brauche ich. Shotgun-Shell hat sie nicht. Doch, da, sieben Stück. Ne, 53 Stück. Sieben. Doch, 53. Ha. Das ist schon mal gut. Jetzt haben wir da... 32? Dann waren es... Was waren das? Dann waren das wirklich 53 Stück und ich habe... Irgendwas passt da nicht. Ist jetzt auch egal. So, dann brauche ich für meine Desert Eagle 44er Munition. 45er, 44er Munition. Da hätte ich auch gerne alle. Muss ich 97 Kronkorken abgeben. Das passt aber. Dann für meine Sniper 308er Munition. Die hat sie nicht. Und zwar für beide. Ne, warte. Für die eine brauche ich 556. Und für die andere 308. Hat sie 556? Nein, hat sie auch nicht. Was hast du denn, Frau? Nichts Gescheites. Aber das passt. Dann könnten wir vielleicht noch Sachen reparieren. Und zwar an der Waffe. Dann macht die 174 Schaden. Ah, schau mal an. Jetzt gibt es sogar noch mehr. Combat Shotgun. Klar. Desert Eagle. Klar. Sniper. Klar. Unsere Rüstung. Plus 1. Passt. So, ich muss los. Viel Glück bei... Danke. War nett mit dir. Wie viele Kronkorken habe ich jetzt? 58. Ne, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Später geht es aber bis zur Mitte des Spiels. Oder so bin ich ein Gefangener meines Sparzwangs. Weiß ich nicht. Ich packe auch immer viele Waffen und Rüstung bei Skyrim in die Bude. Das ziehe ich da nie wieder an. Aber ich glaube trotzdem daran, das nochmal gebrauchen zu können. Ja, das... Dieses Problem ist mir bekannt. 308 Lapua. Okay. Das ist ja eine interessante Munition. So, jetzt haben wir hier noch einen Händler. Wie wäre es mit einem Handel? Crazy Wolfgang. Möchten Sie etwas kaufen? Und zwar... Ja. Wir haben nur die hochwertigsten Überbleibsel aus Schrott und Müll. Genau so sieht es aus. Genau so sieht es aus. Nur Schrott und Müll. Crazy Wolfgang. Glück da draußen. Danke. Wünsche dir noch einen schönen Tag. So, jetzt habe ich auch genug Munition. Sieht man da jetzt. 85 Schuss. Läuft bei mir. Oh, apropos... Läuft bei mir. Was läuft denn bei John Henry Eden? Labert er immer noch? Und jetzt eines meiner Ansporungszitateen. Ich drehe durch. So, das hat zwar schlechten Empfang. Aber da ist wenigstens ein Hauch von Musik im Hintergrund. Dieses Störgeräusch kommt da zwar auch dazu, aber... Ein Hauch von Musik, Leute. Wenigstens so ein bisschen. Mal ließen wir euch diesen komischen Vogel da abschießen. John Henry Eden. Oh, mein Magen knurrt. Aber ich habe überhaupt keinen Hunger. Ach ja. Hm. Da ist ja auch noch so ein bisschen was, ne? Sachen, die ich nie wieder brauche. Ich habe mir übrigens die Bücher aufgehoben hier. Hat mir einer von euch mal gesagt, das wäre nicht schlecht. So, das kommt da rein. Die kommen da rein. Das kommt rein. Davon behalte ich ein. Das müsste reichen. Das Pulver behalte ich auch. Sauberes Wasser kommt da auch rein. Das brauche ich nämlich nicht direkt. Das dreckige Wasser kann da auch rein. Das große Buch der Wissenschaft kommt auch natürlich mit rein. So, sonstiges. Dieser Medizinkopf. Muss ich den eigentlich, das wisst ihr doch bestimmt. Das ist dieser, dieser Bobblehead, den man am Anfang bekommt in der Vault. Das ist dafür da, dass die, die Medizin, der Medizinskill quasi noch ein bisschen besser wird. Muss ich den wirklich die ganze Zeit dabei haben oder kann ich den wegwerfen? Also da rein tun. 182 von 250. Leute, wir können jetzt wieder richtig was sammeln gehen. Marf ist böse, ja? Das ist leider manchmal so. Desinfizierer nicht mehr aktiv. Ja gut, den sollte ich vielleicht wieder mitnehmen. Äh, Food Sanitizer. So. Lebensmittel und Getränke verbessert. Passt. Gehe ich davon nicht mehr so schnell kaputt. Ach, ist das schön, hier so rumspringen zu können und einfach wieder volle Geschwindigkeit zu haben. Mache ich das jetzt, dass ich da oben wieder hin dackele oder mache ich jetzt einfach, ich mache jetzt die Hauptgeschichte? Galaxy News Radio, ich komme. Was ist das? Da gehe ich jetzt hin. Fallout 4, Meisterwartet, das Spiel der letzten 5 Jahre. Ich freue mich auch drauf, ehrlich. Sieht man ja am Fallout-Hype, den ich jetzt hier quasi starte, mehr oder weniger. Da, legst dich schlafen. Ja, das Leben im Ödland ist auch ganz schön hart. Völlig richtig. So, letztes Mal waren hier, glaube ich, ach, warte, bevor ich jetzt hier los starte. Gegenstand, Waffe. Diese Super-Sniper kommt auf die 6. Sie wird als Atombombe angezeigt, ja. Dafür wahrscheinlich, weil die sehr stark ist. Letztes Mal waren hier relativ viele äh, Raider unterwegs. Hier hört man wenigstens Musik, Leute. Didi, didi, didi. Hallo an alle, hier ist 3Dawg, euer netter Disc-Jockey aus der Nachbarschaft. Was eine Disc ist? Keine Ahnung. Aber ich werde trotzdem weiter. Wo schießt der denn? Der Jäger erschießt meine Hunde? Lass mich verarschen. Den habe ich doch, dem habe ich gerade gesagt, der soll sich da hinlegen und der erschießt jetzt einfach meine Hunde. Den Ruinen von DC verstärkt, nachdem wir heute mehr von unseren Lieblingsfreaks, den Super-Mutanten, gesichtet wurden. Ich gehe jede Wette ein, dass ohne unsere Freunde von der Bruderschaft, das ganze Ödland der Hauptstadt schon längst überrand worden wäre. Wenn ihr also einen Ritter oder einen Padelin träff, der seinen Kopf für euch hinhält, dann sagt lieb Danke. Oder besser noch, schenkt mir die Visionen. Ja, Mafia, muss ich euch sagen, habe ich hier aktuell Teil 1 rumliegen. Habe ich mir extra gekauft, nur wegen dieser Ankündigung. Ja, da freue ich mich schon drauf, das auch noch zu Let's Playen. Teil 2 habe ich leider nicht. Das habe ich irgendwie verpasst, mir das zu kaufen. Und jetzt etwas Musik. Was war das denn? Den habe ich. Den habe ich auch. Na, wo willst du so schnell hin? Rechter Arm verkrüppelt? Das heißt, ich habe ihn erwischt. So. Die können mir auf jeden Fall nicht mehr gefährlich werden. Gehe ich da jetzt hin? Ich muss jetzt zur Galaxy News Radio. Es kann nicht sein, dass ich hier die ganze Zeit rumeier und dann von irgendwelchen Supermutanten beinahe gefressen werde. Auch obwohl ich mich da sehr gut geschlagen habe, möchte ich einfach mal dazu sagen. Weil sonst wäre ich jetzt hier nicht mehr am Leben. Die paar Male, wo ich gestorben bin, die zählen allerdings nicht. Die paar Male zählen übrigens nicht. Da steht extra groß drauf. Bitte nicht betreten. Überliest Marv mein Hallo oder macht er das öfters? Rebecca, ich habe dein Hallo nicht überlesen. Dissi-Jockey aus der Nachwärtschaft. Was eine Disc ist? Keine Ahnung. Aber ich würde trotzdem... Ja! Was reimt sich auf Fichten? Und kann nur Fichten für nicht? Richtig. Jetzt kommen die Böden. Satt Gesicht. Reimt sich mit nicht. Wie wäre es mir so nah, Fichten? Meine Hunde knallt niemand ab. Habe mich schon gefreut, dass du da bist, Rebecca. Du bist ja schon länger da. Da haben sie aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Ist Todeskrallenbut das nicht wert? Was? Todeskrallenbut? Macht den Zombies.